Ich begrüße euch zu meinem neuen Video und zwar möchte ich euch heute meinen 2BASE MUTTA Opener gegen Terraner, also Zerg gegen Terraner vorstellen. Ich habe das Video in 4 Punkte unterteilt, als allererstes zeige ich euch einmal die Bildorte bis zu dem Punkt an dem die MUTAS draußen sind, danach gehe ich ein bisschen auf Stärken und Schwächen ein, dann rede ich über das Follow-up und als letztes, als vierten Punkt erzähle ich euch noch worauf ihr bei der Strategie so ein bisschen achten müsst. Also gehen wir direkt zum ersten Punkt und hüpfen ins Replab ein. Das Spiel habe ich heute gespielt auf, ich weiß nicht wie die Map heißt, aber ist ja auch nicht so wichtig, ist auf jeden Fall gegen einen Terraner. Und mein Opening, es ist ganz normal Expansion First, also ich expandiere bei 16 Supply und nehme dann den Pool und dann das Gas. Ich glaube, das ist ein bisschen arg verwirrend, wenn ich mir das selber folge. Also ihr seht es hier, 16 Supply, Drohne kommt runter zur Expansion und dann bei 17, jetzt brauche ich danach nochmal zwei Drohnen. Das werdet ihr auch gleich sehen, das ist die erste und das ist die zweite und mit der zweiten, wenn die fertig ist, habe ich genau 200 Mineralien, die schicke ich auch schon direkt hier hin. Und die kann dann einen Pool bauen und dann nehme ich noch einen anderen. Wenn der Pool gestellt ist, baue ich noch das erste Gas. Die Overlords, ihr seht es hier auf der Karte. Mein erster Overlord fliegt mal gegen Terraner natürlich immer vor zu seiner Natural und den kann man dann hier auf dieser Erhöhung ganz nett abstellen auf der Karte. Mein zweiter Overlord fliegt hier ein bisschen so außen rum und zwar möchte ich dadurch erreichen, dass zum Beispiel, wenn hier irgendwo so zwei Proxy Racks gestellt wären, könnte ich die besser scouten und wüsste schneller Bescheid. Okay, also Pool gebaut, Gas gebaut und dann auch drei Arbeiter im Gas. So, was ich jetzt sagen muss, normalerweise würde er die Arbeiter die ganze Zeit im Gas lassen, das habe ich jetzt hier nicht getan, weil ich hier keine Exe gescoutet habe. Die hat er aber hier oben gebaut, das werdet ihr dann gleich noch sehen. Okay, wenn der Pool fertig ist, drücken wir zweimal zwei Linge an und bauen dann natürlich die zwei Queens jeweils an den Hatcheries. Danach wollen wir einfach direkt wieder drohen, das seht ihr auch, danach wieder drohen durchdrücken. So, ich war hier ein bisschen überrascht, weil die Hatch nicht, hier kein CC stand, hat aber hier oben auf dem Highground gebaut, deswegen war ich kurz raus aus dem Gas, weil ich Angst hatte, aber jetzt müsste ich es eigentlich gleich wieder zurückschicken. Ja, oder? Ja. Okay, hier also vier Linge, zack, zack, Queens. Normalerweise würde jetzt hier gleich ein Reaper kommen, dann würde er die Linge hinten lassen, war jetzt hier aber nicht der Fall. Äh, der Pool doch noch kommt da. Ja, der Reaper, ich glaube ich bin trotzdem rüber, ich wollte mal gucken, ob ich ein bisschen nerven kann, weil die Queens ja schon draußen waren. Normalerweise hätte ich die Linge hinten gelassen, um den Reaper zu verteidigen. Okay, ihr seht, wir drohen fleißig weiter und mit den nächsten 100 Gas drückt ihr sofort den Lair an. Das ist jetzt der Fall und die bauen einfach weiter. Was wir dann an der Natural machen, ist, wir bauen zwei zusätzliche Gas-Gas-Serien, Overlords natürlich nicht vergessen und danach auch wieder fröhlich weiter drohen. Seht ihr, der Overlord, extrem wichtig, der sieht hier fast die ganze Joke. Ich glaube, hier ganz, ich glaube, man kann hier nicht durch, ohne dass er es sieht. Vielleicht, wenn man nur so dünn wie ein Stück Papier ist, aber es gibt keine Tarana, einer, die das ist. Und dann, weil er fleißig drohen, das ist jetzt gerade auch ein 8 Drohnen in Produktion. Der Reaper ist hier hochgehüpft. Und ich hatte die Länge hier, ich wollte wissen, wann er seine Exe stellt. War noch nicht der Fall. Jetzt kommt sie, jetzt ist sie gerade auf dem Weg. Und dann habe ich hier mal hochgeschaut und habe gesehen, dass es in Queens. Und da ich das gesehen habe, war ich mir sicher, dass keine allzu frühe Aggressivität, Aggression kommt von ihm. Und was er dann macht, so und da wollte ich jetzt kurz Pause machen, das ist der nächste Schritt, wenn der Lear fertig ist. Ihr seht Marines, das heißt, er hat keine Reaktor-Tallions. Und hier, ich habe auch, glaube ich, das Tech Lab, habe ich es gesehen? Ja, ich habe alles gesehen, was er macht, wichtiger Scout, außer hier, da steht noch eine Rex. Aber mit dem Tank war ich mir sicher, dass es kein allzu früher Push geben wird. Deswegen, sobald euer Lear fertig ist, in dem Fall, also Spire sowieso und für das Gas. Und was auch noch wichtig ist, das wird jetzt gleich hier kommen, glaube ich. Ich glaube, ich habe erst eine Queen angedrückt. Ein bisschen geschlafen, geschlafen, geschlafen. Hallo, hier kommt die Queen und dann müsst ihr jetzt hier, ja. Und ihr macht also nach dem Lear so früh wie möglich eine extra Queen und das Baneling. Es sind zwei sehr wichtige Sachen. Ich sage, das mit der Alternative sage ich deshalb, weil wenn ihr hier zum Beispiel Hellions seht oder das Gefühl habt, da kommt ein Hell-Bad-Push, sowas in der Art, dann nehmt ihr das vierte Gas nicht und investiert eher in mehr Linge. Und, also wenn ihr euch unsicher seid, weil dann droht ihr einfach voll hoch. Hier 16, hier 16 und hier vier Arbeiter weniger, dafür mehr Linge. Weil hier drei Arbeiter in Gas und ein für das Gas hier. War jetzt ja nicht der Fall, deswegen drohne ich einfach jede Basis hoch. Und danach geht ihr in die Lingenproduktion. Schaut dabei, dass ihr nicht alle Mineralien ausgebt, weil ihr solltet auch ein paar ansammeln, wenn dann der Spire fertig ist, dass ihr direkt Mut hast bei uns könnt. Jetzt ist hier nochmal der Reaper. Hier das Baneling-Nest. Kommt der Reaper rein, hat's aber... Ich weiß gar nicht, ob er mein Spire gescoutet hat. Die Antwort ist Nein. Okay. Wenn das Baneling-Nest fertig ist, mache ich immer so vier Linge, äh, vier Banes. Einfach um, wie gesagt, gegen Pusches irgendeiner Art ein bisschen sicherer zu sein. Äh, und jetzt seht ihr 6-7 Mutas auf dem Weg. Und was es dann noch zu beachten gilt, ist, äh, sofort die vierte Basis nehmen und frühestmöglich, äh, Banespeed andrücken. Das sollte ich jetzt ja auch gleich machen. Ich glaube, ich habe noch... Ja, ne, Banespeed auch auf dem Weg. Also, und bis hierhin geht meine Build Order eigentlich. Danach gibt es mehrere Möglichkeiten, was man machen kann. Aber, äh, ja, soweit die Build Order. Ich lasse jetzt mal noch ein bisschen laufen, bis meine Mutas hier rüberkommen. Und fange dann schon mal an, über die Stärken und Schwächen zu reden. Okay, ich fange mit den Stärken an. Die Stärken sind mit den Mutas habt ihr auf jeden Fall Map Control. Äh, und, wenn ihr das nicht scoutet, stehen hier meistens keine Turrets. Ihr seht, er hat Marines bis zum Geht nicht mehr, aber die sind einfach langsamer als die Mutas. Und deswegen kann ich hier gleich relativ großen Schaden machen. Ihr fliegt einfach dort, wo die Marines nicht sind. Und macht Schaden. Okay, ich meine, ich bin zwar immer noch viel, was über die Flyer angeht, aber... Schon mal, nein, gut, einen Mut habe ich verloren. Das sollte eigentlich rein theoretisch nicht passieren, aber schon mal acht Arbeiter rausgenommen. Und der sitzt jetzt hier in seiner Basis fest. Er kann nicht raus. Und das auch, äh, auf jeden Fall eine sehr große Stärke. Und, äh, ich sitze auch in den Worker. Ich meine, er hat die dritte noch nicht mal genommen, ja. Und in den Workern ist, äh, sind wir vorne hier. Und Upgrades, Upgrades ist, glaube ich, eher vorne. Ja, Upgrades hat er jetzt schon angefangen. Bei uns sind gerade die zwei Evolution Chambas fertig geworden. Ähm, Schwächen. Eine Schwäche, die ich immer wieder erlebe, ist auf jeden Fall, Wenn der Gegner Mech spielt, dann sind die Muthers nicht so gut, weil es ganz häufig vorkommt, dass er schon ein Tor steht. Und, äh, er ist dann in der Eko gleich auf. Weil, ihr habt es davor gesehen, da war es, glaube ich, 40 gegen 42 Arbeiter. Und er hat natürlich Mules. Er ist in der Eko gleich auf und ich kann keinen Schaden machen. Und gegen Mech möchte ich es nicht haben. Gleich, äh, gleiches gilt dafür, wenn er zum Beispiel Hellion Cyclones spielt. Mit den, äh, mit den Cyclones kriegt er die Muthers gut vom Himmel geschossen, sodass ich gar nicht so nah an seine Basis ran kann. Äh, ja. Aber, wie gesagt, die Stärken überwiegen meiner Meinung nach, weil ihr einfach die Muthers, die können jetzt hier die ganze Zeit nerven, sehen, wenn er rauskommt. Also, zum Beispiel könnt ihr jegliches Verrestment unterbinden mit den Muthers, weil ihr seht, wenn er irgendwo rauskommen würde, mit einem Dropship zum Beispiel, können die Muthers das gleich klären. Und so weiter und so fort. Eine weitere Schwäche, auf die ich noch kurz eingehen möchte, ist, äh, das sind Gloak Banshees, weil die kommen meistens, bevor ihr Muthers habt. Und deswegen, ähm, das ist ein bisschen so ein Gamble. Manchmal, wenn ihr, auf jeden Fall, wenn ihr, äh, ein Tech Lab an dem Starport seht, äh, was ich dann immer mache, ist, ich baue hier zum Beispiel, also ein Spore in die Main mit einer Queen, und dann habe ich unten ja eine Queen und, äh, zwei Queens, und dann baue ich da noch ein Overseer, das ist dann meistens darauf meine Reaktion. Alles andere kann man eigentlich gut halten. Gut, komme ich zum Follow-up, äh, was jetzt in der Zukunft ganz wichtig ist, und ihr seht das ja auch schon, ist, dass er, äh, er hat die stärkere Armee. Ich gehe mal kurz auf die Einheiten. Er hat 27 Marines, vier Tanks, zwei Medivacs, gegen vier Bains, die zwar schon Bainspeed haben, aber sonst keine Upgrades und die Linge und die Mut hasse. Er möchte euch auf jeden Fall pushen, und ihr müsst rausfinden, wann er das tun mag, weil ihr müsst den Push so gut wie möglich verhindern. Ich mache es immer so, ich baue so lange Drohnen, gut, jetzt war ich gerade, glaube ich, Supply blockt, bis ich sehe, dass er rauspusht. Und damit ich sehe, wann immer er rauspusht, verteile ich meine Linge so gut es geht auf der Karte, dass alle Eingänge hier, äh, abgedeckt sind, ja. Und ja, jetzt sind neun Drohnen wieder im Bau, und soweit bin ich sicher, und ich weiß auch nicht, warum ich mit meinem Mut hasse hier so rumfliege, aber gut, und jetzt sehe ich, er kommt, und was gilt dann für mich, ich muss nur noch Armee bauen, so hat er sofort zwölf Linge angedrückt, und was dann ganz wichtig ist, wenn er seinen Move out macht, ihr benutzt eure Mut hasse, äh, äh, um zu stressen. Er muss hier Zeit, er muss hier Zeit verschwinden, er kann seinen Push nicht umgestört werden, weil wenn er jetzt einfach rüberrollt, dann sterben wir hier. Und deswegen sind die Mut hasse ganz wichtig, und deshalb sollte man sie auch nicht verlieren, ey. Ihr müsst ihm so viel Zeit wie möglich, äh, wegnehmen, oder euch erkaufen, dass er keine Zeit hat. Ähm, soweit dazu mal zum Follow-up. Was ich dann mache, also Mut hasse war jetzt, äh, in dem Fall die Strategie, was ich dann mache, ist, ich nehme Mutha Upgrades, und baue weiter Mutha Lisken, und gehe dann Big Link Band Mutha. Was aber passieren kann, ist, dass euer Gegner keine Tanks, sondern Widow Mines, äh, baut. In dem Fall würde ich euch vorschlagen, äh, auf Hydras zu switchen, äh, es bei den, äh, einen anfänglichen 7 bis 8 Muthas zu lassen, gucken, was ihr da stressen könnt, gucken, dass ihr sie nicht unbedingt, äh, gratis verliert, und dann einfach auf Hydras switchen, weil die deutlich besser sind. Weiterhin, äh, wollt ihr, so früh es geht, äh, jetzt hab ich schon wieder gesagt, dass wir noch ein schlechtes Engagement machen, weiterhin wollt ihr so früh es geht, auf einen Hive-Tail, wann immer, äh, euer Gegner ist, wo ihr da ist. So, ansonsten, ihr seht, er hat immer noch keine Dritte genommen, also der Push, ist ziemlich, ziemlich, äh, ernst für ihn, er muss ja eigentlich Schaden machen, aber, ich hab mir so viel Zeit erkauft, jetzt kommen wir gleich nochmal 14 Linge, und dann geh ich drauf, glaub ich, muss mal schauen, schau mal, das ist hier noch ein anderes, so, ich geh noch nicht rein, äh, aber, ja, jetzt roll ich dann los, meine, meine Muthas versucht, die Tank rauszunehmen, und die Linge, äh, sind über, Schluss für den Rest weg, und jetzt dann, er verliert all seine Armee, weil er Gegner, gut heißt, nicht retreten kann, hier kommt zwar Nachschub, aber, der würde direkt auch, äh, sterben einfach, und jetzt, sind wir gleich, even on upgrades, er hat, hat dann überhaupt schon, er fängt jetzt seine Armory an, fängt jetzt das seine Dritte an, und ich nehme jetzt, kann er schon die Vierte nehmen, ich hab eh schlecht gemacht heute in dem Spiel, also, soviel zu dieser Strategie, ich lass das jetzt eigentlich noch, in meiner Sicht, ein bisschen weiterlaufen, um euch noch zu erzählen, worauf ihr zu achten habt, ähm, worauf gilt's zu achten, also wichtig war, hier oben, mit dem Overlord zu scouten, weil, äh, wenn hier ein Push kommt, dann baut lieber die Mutas ein bisschen später, also zum Beispiel, Hellbad Marauder, oder Hellbad Marine Push, sowas in der Art, äh, baut lieber die Mutas ein bisschen später, habt zusätzliche Queens, indem ihr das Gas weglasst, könnt ihr euch eine Dritte, eine Vierte Queen hier unten gut leisten, baut mehr Linge, baut mehr Banes, ihr müsst erst mal den Push doken, das ist wichtiger, und dann habt ihr immer noch danach die Mutas, um Schaden zu machen, ähm, ja, deswegen, scouten ist sehr wichtig, und, wie gesagt, unbedingt, nachdem die Mutas draußen sind, und ihr an eure Dritte Basis droht, unbedingt hier Linge verteilen, schauen, wo befindet sich mein Gegner, wann geht mein Gegner, also wann setzt mein Gegner zum Push an, weil ansonsten, wenn er nämlich erst, wenn er hier schon steht, und er dann erst anfängt, Armee zu produzieren, dann rollt er einfach drüber, weil ihr habt die schlechtere Army Composition, und deswegen braucht ihr für den ersten Push, um den zu halten, mehr Armee als der Gegner, äh, gibt's noch was, worauf ihr achten solltet, fällt mir jetzt momentan nichts ein, damit wäre ich soweit durch, ich werde, äh, die Build Order unten, in die Videobeschreibung posten, und ich würde dort auch dieses Replay, das ich euch gerade gezeigt habe, und glaube ich, ich habe jetzt noch drei weitere vorbereitet, mit reinstellen, äh, über, also die könnt ihr dann, werde ich online stellen, die könnt ihr dann runterladen, und euch anschauen, wenn ihr das wollt, ansonsten möchte ich euch gar noch drauf, äh, hinweisen, auf mein Twitch und auf mein Discord Account, ich habe die beiden auch unten, in der Videobeschreibung verlinkt, ähm, ja, ich streame ab und zu auf Twitch, circa, allermeistens, ihr könnt gerne mal reinschauen, folgt mir, wenn ihr wollt, ansonsten, auf Discord habe ich jetzt extra, ähm, ein, wie heißt es denn, ich schau mal gerade, Discord, Discord, ich habe ein All YouTube Things Text Channel erstellt, dort könnt ihr, wenn ihr Fragen zum Video habt, einfach reinschreiben, ich werde mich melden bei euch, ich werde euch antworten, ich freue mich über jeden, ansonsten könnt ihr natürlich Fragen und Anregungen auch immer auf YouTube posten, also in die Kommentare, ich hoffe es hat euch gefallen, ich hoffe ihr habt was gelernt, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis dann, ciao, Ciao,